So, Willkommen zurück zu Castlevania für die Neneas. Oh mein Gott, wir haben schon so viel geschafft, wir haben... Na, da war das Weihwasser scheiße. Ach du scheiße, die Affen! Und... Ja, das kann ich gleich vergessen. Das ist ein scheiß Geist, der mich gewollt. Und ich hab schon... Oh, sind die Affen mies. Oh, sind die Affen mies. Ach, jetzt kommt die Viecher auch noch. Skeletonmans, super. Toll, ein Treffer und mein Life ist weg. Fängt ja super an. Oh, was mach ich gegen die Affen? Ich wusste gleich, dass die jetzt schon kommen. Ach du scheiße, oh, die Geister halt noch so viel aus. Ja, von einer Fledermaus getrollt. Echt bombastisch. Oh Gott, ey. Mann. Och, was mach ich gegen die? Oh, diese Scheitaffen. Lol. Ähm, ja. Das ist grad ein Glitchela, was war das gerade? Ich hab voll hochgebackt. Voll weggebackt, der Affe. Ach, komm, wieder super voran. Jetzt wird das Spiel richtig hart. Hm. Ist es so einfach, das Spiel? Ja, es ist einfach. Castlevania 1 ist zu einfach. Springt doch, mein Nüstenbefelde. Mann. Ich weiß schon, warum ich doch... Ich weiß schon, warum ich noch ab und zu Parts mache. Genau. Genau deswegen mach ich noch ab und zu Parts. Wegen dieser... dummen Scheiße. Boah, jetzt schlimm ist grad die... Mann, ey, die ist nicht am Pfiecher. Gib mal auf die Klöcke. Ja, und du? Mach hier keinen Wundern, sondern was auch immer du machst. Oh, Mann. Oh, jetzt kommt gleich die Scheiße hier oben mit... ...den geringen Use, den komischen Fledermäusen... ...und den ganzen Kram. Oh, Gott. Es ist kein sehr langes Spiel, aber... ...es ist verdammt nochmal schwer. Das kann mir keiner erzählen, dass Castlevania einfach ist. Dass Castlevania einfach ist! Ich... ...könne mal eine Giege brauchen. Toll. Punkte. Was zum Teufel soll ich mit punkten? Was ist das jetzt für ein Glitzer da oben? Boah, toll. Tausend Punkte. Bring mir jetzt auch voll was. Jetzt bitte... Ja, danke. Spring, wollte ich sagen. Ich könnte mal Live gebrauchen. Ich brauch keine Punkte. Mein Leben ist fast alle. Was bin ich gerade ein bisschen... Ach du Scheiße, auch das noch. Medusa-Köpfe. Ich hab's gewusst. Oh, der springt auch so beschissen. Hm, kommt dann noch ganz auf. Oh, Mann, ey. Ich merke schon, erst viel erreicht und jetzt gar nichts erreicht. Ich komm mit nervenlich klar. Boah, wenn die scheiße, wie sie einmal auf dem Boden sind, dann... ...haben wir den Salat. Aber das weiß ich noch von Kulastra. Man sollte sie... ...wenn möglichst in der Luft killen. Ansonsten... ...machen die einfach nur Probleme. Ja. Als wenn das nicht schon genug wäre. Guck mal nach oben. Falls ihr das gerade noch nicht gesehen habt. Wir haben ein Zeitlimit. Als wenn das nicht schon schwer genug wäre. Nein. Wir haben noch ein Zeitlimit. Okay. Das ausnutzen. Ich hätte jetzt vielleicht das Weihwasser benutzen sollen. Da hab ich gerade ein bisschen zu viel gewollt. So, jetzt kommt die Stelle. Oh, hier gibt's doch kein Live oder so. Na, Medusa-Köpfe. Wohl, man kann da schon ausweichen und muss noch... Ja, natürlich. Ist richtig komfortabel platziert. Oh, jetzt kommen die von links und rechts auch noch an. Mann, geht uns auf die Klötze. Diese Scheiße. Mach ich mal gerade zunutze. Oh, das war knapp. Ja, ich hab's gewusst, dass es passieren würde. Hier unten? Na, obwohl das geht noch. Okay, hier unten ist ja so ein Checkpoint. Da kommt gleich die Geringi an. Gerauscht. Deutlich zu viel Medusa-Köpfe hier. Obwohl noch zwei leben. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich klar. Ich glaub... Ich glaub... Ich sollte mir... Dieses Zeitteil... ...für den Boss aufheben. Warum machst du's jetzt nicht? Weil ich keine Herzen mehr, aber deswegen... Ich muss mich raten, der Boss ist hier oben, oder? Nein, tue ich immer noch nicht. Oh, was kommt denn noch alles? Die Scheißvögel! Mann, ey. Ja, wenigstens fängt man jetzt hier an. Komm her. Danke. Ich bin wieder fast... ...vollkommen tot. Oh, Mann. Scheiß. Mistvogel. Ja, natürlich ist er auch... Oh, das ist richtig gerecht. Boah, ich hab ja echt grad keinen Spaß mehr. Mann! Boah, wie kann man bei so... Boah, wie kann man da Spaß finden? Ich weiß schon, warum ich kein Gradius spiele und so. Das ist einfach grad ein Frust... Das ist einfach grad nur ein Frustprojekt. Und ne richtig Hardcore-Challenge. Und ne richtig Hardcore-Challenge. Obwohl... Wartet mal. Na, so macht er... Kann man da zweimal... Drei Mal muss der schießen. Was hat der für ein Scheiß-Muster? Toll. Das ist ja was, wir kommen zum Boss mit null Leben. Schaffen die wahrscheinlich gar nicht. Nein, wir kommen nicht mal hin. Ey, leck mich doch, Spiele. Ach, Mann, ey. Leck mich doch am Arsch. So. Wenigstens mit den Scheiß-Affen komme ich jetzt klar. Oder auch nicht. Ich habe ihn eigentlich voll getroffen. Haben wir auch nicht. Ja, was soll das jetzt? Hast du den Muster jetzt wieder verändert? Jetzt muss ich mich grad völlig verarschen. Stirb. Oh, ich schaff doch grad wieder gar nichts in dem Part. Obwohl, im letzten Part habe ich ja so einiges geschafft. Und jetzt gar nichts. Klasse. Scheiß Fledermäuse. Okay, wenigstens bei den Fledermäusen scheinend so langsam Muster rauszubekommen. Zumindest das. So. Nochmal Fledermäuse. Nein, jetzt kommen die Blusa-Köpfe. Zack. 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 Jetzt kommt das. Und da habe ich wirklich keine Ahnung, was ich da machen soll. Weil jedes Mal torrt mich dieses hässliche Mist-Skelett. Nein, das mache ich weg. Das soll verschwinden, weil... Ich würde doch schon gern das Weihwasser behalten. Jetzt kamen, jetzt kamen die Viecher. Die haben wirklich permanent verarschen. Genau. Das meine ich nämlich. Oder warte mal, sterben die vielleicht durch? Ah, ich will's nicht mit Weihwasser probieren. Ja, natürlich doch. Och Mann. Warum musst du auch meilenweit zurückspringen, du... Klotz-Gesicht. Das ist doch scheiße hier in der Situation. Mann! Es ist... Ey, es ist doch so unfair gemacht hier unten. Es ist doch so dermaßen unfair gemacht hier unten. Vor allem guckt euch meinen Live-Bahn. Wie soll ich die Scheiße jetzt noch schaffen? Ja, haltet noch... Ich kann's wieder vergessen. Ich kann das grad echt wieder vergessen. Ja. Leck mich. Mann! Es ist doch so eine Scheißstelle. Wie soll das funktionieren? Boah, dieses Game? Ist Hardcore. Ist richtig übelst Hardcore. Wie viel Zeh-Jahren Treffer, die aushalten? Das ist ja... Das ist ja nicht mehr normal, ey. Das ist doch nicht mehr normal, ey. Wie viel Scheiß-Treffer, die hier aushalten? Ich stirb... Ich stirb... Danke. So, was kommt jetzt noch? Lass mich raten, bestimmt noch mehr von diesen Drecks teilen. Nein. Nein. Kren. Das sind keine Fehlermäuser, es ist ein Kren. Und da kommt schon wieder so ein Mist-Stück. Ey, das macht doch keinen Spaß mehr mit diesen hässlichen Mist-Dingern. Lass mich raten, da vorne noch so ein Teil. Ja, natürlich. Ich bin doch schon wieder tot. Ey, wie viel Scheiße die... Wie viel die aushalten, ey. Es kotzt mich so an. Guckt's euch an. Nur Leben. Eie. Eins, zwei. Nicht mehr, oder was? Ist das random, oder was? Ich verstehe die Scheiß-Teile nicht. Ohne Scheiß. Ich verstehe die Scheiß-Dinger nicht. So, wie schießen die? Wenn ich denen zu nahe komme, was machen die dann? Ja, dann machen sie das plötzlich. Was ist das jetzt? Ich hab doch keinen Bock mehr. Ich hab doch echt keinen Bock mehr. Naja, Part zu Ende. Tschüss. Ich hab die... Vielen Dank.